Hallo, hier ist wieder Bernhard von Wort und Geist. Wir hatten nach Ostern unsere Frühjahrsakademie und heute bekommt ihr die ersten Eindrücke aus dieser Woche. Ach übrigens, ihr könnt gerne unsere Videos kommentieren oder ihr gebt uns einfach einen Daumen hoch, wenn sie euch gefallen. Untertitelung. BR 2018 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 BR 2018